Die Applaus, Applaus, Applaus Give me that thing that I love Put your hands up and come to us Give me that thing that I love Put your hands up and come to us Hallihallöchen Leute, Lazy Last Mal wieder am Start Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Eclipse Heute mal mit den Niki Die gammelt da unten irgendwo rum Hallöchen, hier, hier bin ich, hallo Hallo, hallo Ja, ihr seht, ich habe ein Haus voll Dreck Ähm, ja Rat mal, was da drin ist Ist tatsächlich eine Kiste drin Oh nein Eine Kiste Oh mein Gott, es lebt Hallo, das habe ich gut hinbekommen Ja, guten Tag Möchtest du gleich mit aufnehmen? Äh, nein, ich habe heute... User joined your channel Ach Leute, warum müsst ihr alle in unsere Aufnahme denn reinsteunen? Dann schiebe ich euch mal im Privatraum Danke You were moved User was moved to your channel Marcel ist ein netter Ah ja, sind die goldig So, Essen Ich bin der Jüngste hier Das gibt's echt nie Elfenrein Auf jeden Fall ist Steven der Älteste Okay Der ist irgendwas über 30, glaube ich Das ist alt Man merkt es auch in seinen Videos Glatz und Bart Äh, okay, ja Ähm, so Ich muss auch ein bisschen im Bett schlafen können Ja Weißt du, dieser Holzstift, der nervt richtig Ich mache da jetzt mal eine ordentliche Treppe draus Oh, ist es dunkel? Neeeeeein So, ab ins Bett Nein Es ist egal, wie lange ich jetzt drin liege Du musst bloß kurz reinlegen, dann warst du schon Gut, jetzt kann ich nicht mehr... Jetzt habe ich keine Angst mehr vom Sterben So Da es jetzt dunkel ist, graben wir uns ins Nichts In der Hoffnung, wir finden ein bisschen Kohle Wuii Kohle, 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 Kohle Vielleicht sollst du da nicht unten graben Hier geht's nach unten Ich glaub, da ist eine Höhle Es ist einfach dunkel Bist du doch gesprungen, ne? Ich hab's gehört Hallo Wo bist du? Neben dir ist ein Loch Hallo Hast du mir vielleicht zwei Fackeln? Bei Fackeln, ne, ich hab gar keine Fackeln Nja Deswegen stelle ich mir jetzt Holzkohle her, damit ich welche haben kann Ja, stimmt eigentlich auch Das wäre eigentlich auch gar nicht so doof Was machst denn du? Ich versuch hier runter zu kommen Ja, was machst du? Geh mal weg da Mann Ich wollte die Erde nur artgerecht wegmachen Und dann lass da auch noch die Tür auf, du Vogel Ja Mann Lass immer die Tür offen Ja, man merkt's Menschenskinderleins Ich hab's nicht gelernt, wie man ne Tür zu macht Erklärung genug Ja Lebst wahrscheinlich auch ohne Tür daheim Ah ja, stimmt ja Ja Ich hab, ich hab eigentlich fast gar keine Tür Ja Ähm Warum geht das nicht? Warum geht was nicht? Holz reinmachen und Holz reinmachen Das Äh, du musst Äh Baumstämme benutzen Die werden zu Kohle Ach Gott Das auch noch Mann Das für eins der Holz Kohle brauchst du 16 Äh, 64 Stämme Und 16 Ne, nicht 16 Was? Was für eine Mist Ist kaputt Würden sie wieder aufhören Explosionen Überhalb meiner Baugrenzen Dinge Würdest du dann das Ding Dieses Teil, was da dran hängt Auch bitte wegmachen hier Was übrig geblieben ist Was auch immer das sein soll Nein, das schwebt da einfach Das kann nicht von der Explosion sein Das ist zu sauber Hä? Wie kommt der da oben hin? Keine Ahnung Ja So Ne, andersrum Ah, so funktioniert das Oh mein Gott, ist es hell Too hell Und hier ist es wieder dunkel Is the highway too hell Ja, ähm Warum ich jetzt noch diese Holz, ähm Dinger benutzt Ist einfach Ich würde es einfach aufbrauchen So So Kinder Ist jetzt jetzt Holzkohle hergestellt Deutsche Holzkohle Ups So Stickies Äh Holzkohle drauf Und fucking Yay Ich freu mir Ich freu mir Soll ich dir mal Zwei vielleicht Drei Diamanten Stipitzen Nein Und es wurde hell Und es knarzt im Hintergrund Die Eidechse Die spinnt schon wieder rum Okay Ich weiß jetzt nicht Wie ich meinen Haus weiterbauen soll Ich muss erst mal ein bisschen Rohstoffe sammeln Deswegen Ganz wichtig wäre zum einen erst mal Kohle Dann Eisen Mehr als Eisen braucht man nicht Also von daher Was ist das Gravel überhaupt Gravel Ah Schöne Schöne Wege machen Oh Perfekt Nee Brauchst nicht mehr Ich hab auch irgendeine Aber das ist Perfekt Was Was ist das Was ist das für Material Hä Er redet anscheinend Mit sich selber Ich hab keine Ahnung Nee Nein Ich hätte eben deine Hilfe gebraucht Aber er hat sich gerade erledigt Ich habe Eisen gefunden So Wo kam ich denn jetzt her Da Nein Weißt du wie ich diese grünen Mistviecher hasse Das ist echt unglaublich Schlepp doch eine Katze mit dir rum Dann hast du das Problem damit Ein Ozzelozzi Ein Ozzelozzi Mhm Jetzt brauche ich Leitern Das einzigste was bei Minecraft immer ganz mies ist Man sitzt immer so krampft vor der Tastatur Und mir schläft dann dauernd dann die Hand ein Also ich finde das furchtbar Das passiert mir meistens nur bei Online-Spielen Online-Spiele Ja MMOs Da drückt Da 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 Hier mache ich die Tastatur bis es wehtut Er hämmert die Tastatur Ja es ist okay Was? Du müsstest ja langsam mal da hier Altersbeschränkungen reinwerfen Ja wir sollten wirklich eine Altersbeschränkungen Weil du immer so zweideutig denkst Du erzählst immer solche Sachen Nein ich habe nie beabsichtigt dass das hier alles zweideutig wirkt Ja Hätte ich jetzt auch gesagt Nee ist so Ja 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 Ist das so Schon okay Ja ja Meine Hand Meine arme Hund Ich kann ja nebenbei nur abbauen So ist es jetzt nicht Aber es fühlt sich echt widerlich an Okay Kennt ihr das Gefühl wenn dann die Hand so einschläft Und dann läuft langsam das Blutwetter rein Wenn es dann so richtig ekelhaft zum Kribbeln anfängt Ja ich baue das Eisen gleich ab Und ich habe eine Hülle gefunden Ja Bist du bereit? Kommst du mit? Nein Warum nicht? Weil ich mir gerade hier was schönes baue Das sollte ich aber nicht hier lang Eisen Eisen Vier Eisen Wow was kann ich daraus machen? Spitzhacke Ein Helm Alles kannst du daraus machen Jetzt muss ich erst wieder hier hoch finden Es gibt jetzt eine wesentlich bessere Art zu meinem Haus hochzukommen So Kohle ist auch wieder fertig Dann schmeißen wir doch mal hier das Eisen rein Und Kohle machen Genau Fackeln Zapp 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 Zappdi zapp 15 Fackeln Äh Nö Läu 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 Warum geht das hier nicht? Ach da ist sie ver... Gar nichts so an besonderes Materialien Aber von hier aus können wir bestimmt weiter buddeln Kümmern Kümmern sich so gar nicht um dein Haus Einfach Hauptsache erstmal in die Höhle Ja gut die Höhle hat sich herausgestellt dass es eigentlich nicht wirklich was ist Oh nicht schlecht Oh Gold Moment Ach da brauchen wir Eisenhacke dazu Moment Holen wir natürlich gleich Ich würde sehr gerne auch diese eine fliegende Insel da Weil dann sieht das so kacke aus Wir holen natürlich das Eizen Heizen Dann eben die Stiggis Und mit den Stiggis machen wir jetzt Sollen wir eigentlich die Bäume nachpflanzen? Hm Wenn du Holz brauchst Ich pflanze an weil ich brauch's Holz So Wir haben genug Bäume hier rundherum So Und dann habe ich schon meine Eisenspitzhacke und kann dieses Redstone abbauen Yay Und Gold Noch mehr Redstone Ich weiß zwar jetzt noch nicht warum wir das brauchen würden Aber ok Was meinst du? Äh Redstone Falls du eine Redstone Schaltung bauen willst Automatische Tür oder sowas Ja aber das bräuchte man jetzt nicht Oder du willst Turboschinen bauen Oder Redstone füllen Alles was man jetzt nicht braucht Irgendwann geht eine riesige Bahnschie mit dem Einsatz Ähm Die die mein letztes Minecraft Projekt verfolgt hatten Wir haben ein Jurassic Park gebaut gehabt In dem man halt mit so einem Wegelchen durch so einen Park gefahren ist Und dann die Dinos begodachten konnte Ach cool Das war ganz chillig ja Und das stell ich mir cool vor ja So was haben wir hier hinten? Nix Okay Mhm 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 Gravel Gravel Kohl Kohl wird die mal fertig? Nein wird sie natürlich nicht Ich hab letztens äh für mein Singleplayer Projekt ähm sehr viele Steine gefahren Heute Morgen noch Hm Ja Das hat Vorteile Für was brauchen wir diese Materials and you? Also da habe ich noch gar nicht reingeguckt Das Buch Ja Das erklärt ein bisschen was Okay Okay All berries Okay Mhm 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 Okay Die grundlegenden Sachen von der Mod Was man in der Mod machen kann und so weiter und so fort Ja Ja und wenn du Fragen hast kannst du ja einfach im Inventar U drücken und wenn du ein Item ausgesucht hast Oh mein Item Du gehst in den Inventar her Ja ja ich weiß schon Ja Oh glitzende Melonen Ich habe noch nie eine glitzernde Melone gemacht Muss ich auch nochmal wieder So Flint das ist alles Sachen die ich jetzt gerade nicht brauche die schmeiße ich jetzt hier mal rein Essen können ich nebenbei mal Oh Tief 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 bei dir hat's geklappt So gegessen habe ich ein Melonen Stückchen habe ich noch Ein Enderman Okay der läuft permanent ins Wasser der ist auch ein Trottel Naja Ich guck nicht hin Ähm Jetzt hat er mir tatsächlich meinen Weg hier nach draußen kaputt gemacht Ich habe das Gefühl ich bin gerade alleine So nach der kurzen Unterbrechung geht es auch weiter Was ist das denn? Wann oben Was ist das? Bären? Ach cool Ja ich glaube ich glaube Bären kann man nicht wirklich großartig weiterverarbeiten Oder warte mal Blueberries kann ich die abbauen Du musst die Schere wahrscheinlich Ähm Alter what the Barry Meatly kann man machen Man kann so eine Schale mit einer Ohr Wie haben die schon gemacht? Ah Sehr cool Das ist Steilomilow Alta Steilomilow Ah Ähm Was? Man kann sich eine Holy Hand Grenade machen Ähm, okay Warte mal, dafür braucht man Gold, TNT und Glowing Water. Wie macht man Glowing Water? Glowing Water Wir wissen was man aus Glowing Water macht Ähm Holz bitte einmal einsammeln Okay Haben wir hier da Lapis Lazuli etwa? Lazuli 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 Können wir den Busch unten wieder pflanzen, das wäre ganz interessant Jetzt werden Facken gemacht Da ist ein Lapis Lazuli Block Den, gucken wir mal, ob wir den irgendwie abkriegen Hopp 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 Guck jetzt noch schnell nach Und dann ist die Folge auch schon wieder rum, Leute Was? Nee Nein, niemals Wir haben noch 4 Minuten Wenn wir von der Aufnahmezeit von 20 Minuten ausgehen haben wir noch 4 Minuten Ähm Ich sagte doch, ich guck da noch nach Ich muss hier noch gucken Ohne dass ich hier runterfalle und sterbe So Was hat man hier? Das ist tatsächlich Laplazli Lapslitzli Yay Lapslitzli Töten Oh Gott Priepru Ich wills haben Kann ich den einfach nur einsperren? Geht das auch? Und dann irgendwann holen, wenn ich ihn Wenn ich weiß, wie es geht? Ich weiß es nicht Ich habe einen Kürbis Kann man Kürbisse essen eigentlich? Ich weiß das gar nicht Priepru Oh Gott, ich bin begeistert Ich will es haben Priepru Nicht weggehen Oh nein Nicht Auatschi machen Ja ok Total Gespannt von diesem Vogel Ja Priepru Vielleicht sollten wir sie alleine lassen Ich will den zu mir rüberschieben Kann ich den schieben? Vogelschieb, geh mal da in die Schieb, schieb Nein Nein Schieb, schieb, schieb 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 Los Der Baum will nicht wachsen Geh da rein Das ist etwa zu schmal der Weg hier Schieb, schieb, schieb Schieb Los Los Ab Los Bist du denn? Ab Ich kann dich sehen Hallo Bist du? Lauf Vogel Komm Ok Äh Ich krieg den Vogelnett Kriegste Vogelnett? Nein Nein Das ist schade Das ist ein Vogelnett, ey Äh 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 Wollte ich hier ein Prieprie Ein Prieprie Ein Prieprie Oh Gott ey Äh Äh So, das pack mal alles da rein Offscreen Werdes dann die Nächste Zeit ein bisschen was Farmen gehen Aber das wird einfach bloß so Höhlengebumsel sein Höhlengebumsel? Ja Ein bisschen Gebummel in den Höhlen Bisschen Gebummel Äh Und Dann Ja Ich weiß, deswegen mach ich grad schon Achso, hahaha Ah, ja, ok Ja Und ja Dann hoffe ich natürlich Natürlich ich Dass ich genügend Zeug hab Um dann eben in dieses Wüsten Biom zu reisen Hallo Klubschi Hallo Klubschi Hallo Klubschi Hallo Klubschi Stirb Klubschi Und Dann eben mit dem Haus zu beginnen Ihr wisst ja Ich mach immer diese Diese Sonderbaren Wunderhäuser Wo man eigentlich 30 Leute dafür braucht Ja Eins hab ich ja noch nicht rausgesucht Ich muss mir das noch ein bisschen Ja, ich muss mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen Wie das hier reinpasst, wie das hier ausschauen soll Und das fang ich aber dann in der nächsten Folge dann schon an Somit verabschiede ich mich hier Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Ciao Bis dann Ciao